Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal stelle ich euch meine gelesenen Bücher aus Februar vor, plus die Haarbücher, die ich gehört habe. Es sind insgesamt sechs normale Bücher, physische Bücher und dann nochmal, ich glaube, drei Haarbücher. Fangen wir mit dem ersten an, von Hans-Josef Orteil, was ich liebe und was nicht. Das habe ich im Januar schon angefangen gehabt, genau. Habe ich auch schon im letzten Video, was ich euch hier oben mal verlinke, aus Januar. Habe ich das auch schon vorgestellt gehabt, aber ich habe es erst in diesem Monat beendet. Die Inhaltsangabe der Bücher blende ich euch auch immer hier ein, am besten auf der Seite, da ist mehr Platz gerade. Genau, ich würde dem Buch 3,5 von 5 Sternen geben. Ich mag halt den Autor total gern und auch seinen Schreibstil, ich liebe es komplett. Nur bei diesem Buch fand ich es teilweise, es waren so ein paar langweilige Passagen dabei, von so, naja, belanglosen Dingen. Also es ist quasi wie so eine ausführliche Aufzählung von Dingen, deswegen steht ja auch, was ich liebe und was nicht. Also es ist jetzt keine so Stichpunkte, das jetzt nicht, aber er schreibt halt über verschiedene Dinge sehr ausführlich und manche davon haben mich einfach überhaupt nicht gecatcht. Ja, man muss es einfach mögen. Es ist aber jetzt in dem Sinne keine klassische Story, also es ist kein klassischer Roman von vorne bis hinten. Ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zum nächsten Buch, Kindeswohl, das habe ich auch schon im Januar angefangen und jetzt auch in diesem Monat erst beendet. Hier wieder die Inhaltsangabe, dass ihr lesen könnt und pausieren könnt. Genau, ich habe diesem Buch 4,5 von 5 Sternen gegeben. Das ist ein interessantes und spannendes Buch, aber ja, auch sehr traurig. Die Charaktere finde ich wirklich gut in diesem Buch, in dieser Geschichte. Und ich wurde beim Lesen so sehr in diese Story eingezogen, da war auf einmal eine Stunde weg und ich habe es gar nicht gemerkt. Also das Lesen hat wirklich Spaß gemacht. Ich liebe es, wenn ich da so eintauchen kann sozusagen. Genau, also 4,5 von 5 Sternen. The next one, der Wintersoldat. Hier wie immer ein Inhaltsangabe, dass ich euch des Vorlesens einfach erspare und ihr einfach hier kurz pausieren könnt, wie immer. Ja, das war eines meiner Favorites in diesem Monat. Ich habe den 4,7 von 5 Sternen gegeben in meinem Bookjournal. Ja, es ist eine sehr interessante, aber auch brutale Geschichte. Allerdings auch mit, ja, wirklich schönen Passagen, schönen Elementen, die man jetzt bei so einer, das ist halt so eine Kriegsgeschichte, so einem Kriegsroman, jetzt erstmal nicht erwartet, aber die wirklich auch vorhanden waren. Also ich muss wirklich sagen, das ist eine exzellente, historische, fiktionale Story und es hat mich wirklich überzeugt. Auch bei diesem Buch wieder, der Lesefluss war auf jeden Fall gegeben. Ich konnte richtig gut in diese Story eintauchen. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Genau wie das letzte davor auch, also sprich dieses hier. Dann kommen wir zum nächsten Buch. Das war mal wieder ein englisches Buch. Das erste englische Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Also ich lese also alle ein, zwei, drei Monate spätestens mal ein englisches Buch. Also ich bin kein großer Fan von englischen Büchern. Zumindest noch nicht, momentan nicht. Aber ja, genau, das war mal ein englisches Buch. Before the coffee gets cold. Also bevor der Kaffee kalt wird auf Deutsch. Das habe ich sogar lustigerweise in England gekauft, dieses Buch. So als kleiner Side-Fact. Genau, diesem Buch habe ich 3,5 von 5 Sternen gegeben. An sich war die Story oder die Idee dahinter richtig gut. Nur die Umsetzung fand ich doch ein bisschen lahm. Also die Charaktere, ja, sie hätten stärker sein können. Sie hätten, irgendwie, haben sie mich überhaupt nicht gecatcht. Und auch generell haben mir so, ja, die Details gefehlt. Trotzdem, wie gesagt, das sind 3,5 Sterne und nicht ein Stern. Dementsprechend war die Story trotzdem schön. Auch dieses Café und alles wieder so. Ja, ich will nicht spoilern, aber es ist auch eine Empfehlung wert. Es ist nicht so sehr wie die anderen, aber genau. Ob ich es nochmal auf Deutsch lesen werde, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dem Ganzen nochmal auf Deutsch irgendwann eine Chance gebe. Vielleicht gefällt es mir dann besser. Ich weiß es nicht, ob es auch in der Sprache lag. Denke ich mal eher weniger jetzt, aber genau. Ja, kommen wir zum nächsten Buch. Deutschland, eine Reise von Wolfgang Bücher. Hier wie immer die Zusammenfassung, beziehungsweise Inhaltsangabe. Dem Buch habe ich 3,4,3 von 5 Sterne angegeben. Ja, ich kam am Anfang so ein bisschen schwer rein, weil man so gefühlt so reingeworfen wurde in die Geschichte. Aber dann war es einfach super. Also der Autor hat eine tolle Art, Menschen und Landschaften zu beschreiben. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und auch die Thematik. Ich fand es richtig interessant. So, ihr müsst wissen, ich liebe Deutschland reisen. Und das, naja, hier ja schon im Titel. Es war wundervoll. Also der Autor läuft quasi einmal in Deutschland herum, einmal an der Grenze entlang. Und irgendwie nach dem Lesen da auch schon während des Letztes hat mich richtig die Reiselust gepackt. Hätte ich am liebsten direkt auch gemacht. Hätte mir sogar so ein paar Orte, die ich noch nicht kenne, aus diesem Buch abgespaltet auf meiner Karte. Also mal gucken. Ach, fand ich echt toll. Ja, genau. Und lustigerweise von dem gleichen Autor habe ich ein Buch angefangen. Da habe ich aber erst so 10 Seiten gelesen. Also das erwähne ich einfach nochmal ganz schnell hier. Das heißt Heimkehr. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Da habe ich erst in 10 Seiten oder so gelesen. Aber genau. Da wird es dann im nächsten Monat meine Bewertung dazu geben. Also folgt mir gerne hier auf YouTube, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert diesen Kanal gerne. Dann verpasst ihr nichts mehr von meinen Buch-Content-Videos, was ich im Monat lese, in der Woche lese, was auch immer. Oder Lost Places oder generell Reisen. Alles mögliche. Genau. Das waren jetzt erstmal die normalen Bücher. Und jetzt kommen wir noch zu den Hörbüchern. Da das gleiche Spiel. Hier wieder die Erzangabe. Plus das Coverbild, weil ich jetzt nichts zum Vorzeigen habe, weil ich alles am Handy höre. Also nicht auf CD oder sowas. Genau. Das nächste Buch heißt, wie ihr hier seht, das Unglaubliche Leben des Wallace Price von T.J. Klune. Und dem Ganzen gebe ich 4,5 von 5 Sternen. Das war einfach ein tolles Hörbuch. Also sehr humorvoll. Und gleichzeitig wurden schwere Themen damit kombiniert. Also sehr raffiniert gemacht, dass das alles so gut kombiniert wurde. Und ja, auch die Charaktere sind wirklich einzigartig, die man sich gerne in Erinnerung behält. Genau. Also kann ich sehr empfehlen dieses Hörbuch. Das nächste Hörbuch, wie ihr hier seht, heißt Im Wasser sind wir schwerelos von Tomasz Redrovski. Sorry, falls ich es falsch ausspreche. Das war mein liebstes Hörbuch des Monats. Nämlich mit 4,7 von 5 Sternen habe ich das bewertet. Das war eine Top-Story. Hat mich auf jeden Fall gepackt. Ja, beim Lesen war ich ein bisschen melancholisch an vielen Stellen. Und wow, ich war einfach hin und weg von der Geschichte. Leider war sie ein bisschen zu kurz und ich hätte gerne noch weiter gelesen bzw. gehört. Also ich wollte einfach mehr von der Geschichte haben. Aber es war zu Ende und dann kann man nichts machen. Genau, also klasse geschrieben. Man kann da auf jeden Fall gut mit dem Helden mitfühlen. Und ja, auf jeden Fall eine absolute Empfehlung dieses Hörbuch. Hört es euch an, wo auch immer macht es. Kommen wir zum letzten Hörbuch. Ein Hof und elf Geschwister von Ewald Fried. Das habe ich erst heute ganz frisch zu Ende gehört. Und dem Ganzen gebe ich 4 von 5 Sternen. Hat echt Spaß gemacht zu hören. Ich fand es auch richtig interessant, mal so eine andere Perspektive zu haben. Weil ich jetzt zum Beispiel nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen bin. Und das dementsprechend echt cool fand. Ja, mal sowas zu hören. Leider auch bei diesem Hörbuch, es war viel zu kurz. Also man hätte da auf jeden Fall noch mehr ins Detail in die Tiefe gehen können. Fand ich ein bisschen schade. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das waren die ganzen Bücher und Hörbücher. Falls ihr noch Fragen habt, fragt mich, was ihr wollt, unten in den Kommentaren. Ich würde mich darüber freuen. Ja, das war dieses Video. Bisschen kürzer diesmal. Ihr könnt mir auch gerne bei Insta oder so schreiben, ob ihr das besser findet. So. Wenn ich die Zusammenfassung einfach nur einblende, die Inhaltsangaben, sorry. Und dann nur meinen Senf dazugebe. Oder ob ich wirklich alles vorlese. Weil ich glaube, so ist es besser. Man kann gezielter gucken. Es zieht sich nicht so in die Länge. Ich bin auch am testen. Das war das zweite Langformat-Video zum Thema Bücher und Lesen auf meinem Kanal. Hat mir wieder sehr Spaß gemacht, hier in der Rolle zu sitzen und das euch zu präsentieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch oder die Bewertung, die ihr möchtet. Habt einen schönen März und bis zum nächsten Video. Macht's gut.